Ladies and Gentlemen, wir leben in einer Zeit, die etwas vermisst. Und wisst ihr, was die Zeit vermisst? Eine anständige Revolution! Aber unsere Revolution wird nicht mit Waffen ausgefochten. Und sie wird auch nicht mit tausend Menschen auf der Straße aufgefochten. Unsere Revolution besteht darin, dass wir einfach nicht mehr mitmachen. Wenn man das Licht ausmacht, dann ist das Revolution. Werden Menschen umgebracht, ist das Revolution. Wenn man alles gewinnt und man verzichtet drauf, dann ist das Revolution. Behält man dann die Macht, damit man's anders macht, dann ist das Revolution. Kommt sie noch, oder weiß ich schon, die, 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 die Revolution. Revolution, oder ist doch nur ne Frage der Interpretation. Und von jeder Interpretation gibt's verschiedene Interpretationen. Doch ich weiß nur ein. Revolution! Revolution! Wenn man zu jeder Demo rennt, ist das Revolution. Wenn alle schaffen und du fennst, ist das Revolution. Wenn man die Schwachen schützt, weil man stärker ist, dann ist das Revolution. Und wenn man, was man isst, an keinem Maßstab wirst, dann ist das Revolution. Und wenn man, was man isst, anzuladen, ist das Revolution. Und wenn man, was du auch sagen willst, ist das Revolution. Oder warst du schon, die, 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 die Revolution. Und es war nur ne Frage der Interpretation. Und von jeder Unterbring-Version Nichts verschiedenen Versionen Doch ich weiß nur eins Evolution Wenn man das Licht ausmacht Dann ist das Revolution Werden Menschen umgebracht Ist das Revolution Wenn ihr den Schwachen schützt Weil ihr stärker seid Dann ist das Revolution Und wenn du, was du bist An keinem Maßstab misst Dann ist das Revolution Guck sie noch Oder war sie schon Revolution Revolution Und ist doch nur ne Frage Der Interpretation Und von jeder Interpretation Nichts verschiedene Versionen Doch ich weiß nur eins Revolution 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 Rose 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 Untertitelung des ZDF, 2020